Schönen guten Tag aus Berlin und herzlich willkommen zu meinem Trip Report. Ich befinde hier am Flughafen BR und fliege auch nach Hause mit der Ausray Airlines in der Boeing 787-9 Dreamliner Business Class von Berlin nach Wien. Ich wünsche euch viel Spaß gleich nach dem Intro. Einchecken brauche ich nicht. Ich habe das alles per Handy eingeschickt mit der Ausray Airlines App und gehe einfach direkt zu SICO. So, die Sicherheitskontrolle war ein bisschen durcheinander, aber es war nachher eh dann sehr schnell gegangen, es war in Ordnung und nach der Sicherheitskontrolle werde ich auch jetzt direkt gemütlich in die Lufthansa Business Class Lounge geht. Das war die Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. So, die Lufthansa Business Class Lounge war sehr gut, habe auch gutes gegessen und was getrunken und nach der Lounge werde ich jetzt auf den Weg zur Get-Gate. So, die Lufthansa Business Class Lounge war sehr gut. So, die Austria Airlines Boeing 787-9 Dreamliner in weißer Lackierung ist es gerade hier in Berlin angekommen. Sollte dann auch in wenigen Minuten mit dem Boarding losstarten. So, auf geht's Boarding. So, an dem Boarding lot. Vielen Dank für den Zeitgegang. Dankeschön. Hallo, bis kurz. Danke. So, ich bin jetzt an Bord in der House Reiner in der Point 787-9 Dreamliner. An Bord in der Business Class in der 1-2-1 Kooperation. Und die hat der Flugzeug sehr gut ausgebucht aus. Und ich erkläre noch ganz kurz über die Business Class, was es hier alles gibt. Hier für die Meserate haben wir eine eigene Meselampe. Hier haben wir eine eigene Lampe. Da kann man sogar bei den Lampezeichen ein- und ausschalten. Hier haben wir ein Staufach für Maksinen und Safety Cards. Hier haben wir ein Staufach für das Kopfhörer. Hier haben wir ein Staufach. Da hat es sogar ein Display dabei, für den Fernseher. Und da hat es ein USB-Port, wo man für iPhones, Laptops und alle elektronischen Geräte, wo man aufladen kann. Und hier wäre es für die Kopfhörer zum Anstecken. Unterhalb ist hier ein Staufach. Und unterhalb der Armlehne kann man sogar einstellen für Schlafen. Und hier hat man einen riesigen Tisch. Ja, die Austria Airlines Point 787-9. Es ist ein neues Flugzeug. Es ist aber geflogen von der Bambus Airways. Jetzt übernimmt die Austria Airlines. Und ja, jetzt freuen wir schon auf den Start. So, vor dem Start haben wir auch von der nette Austria Airlines Flugbeklebterin einen Frühstückstuch bekommen. Sie sind es übernimmt die Zeit Ober verbunden. Wunderschöne Zeitóschein. Diese Zeit decisions werden können auch für Süßespläne eingehalten. Und dann können Sie sehen. Sie müssen die Siemsteigung. Sie werden die Stauflogen-Kette eingeführt. Man muss die Steigerung überlegen. Das sind die Zeitder desarrollo. Wunderschöne Zeitkarte ist, wie ich Sie am lieben, Sie sind die Zeitkarte gestellt. Sie sind die Zeitkarte aus. Sie sind die Schleying-Karte auf. Sie sind die Betroffekt. Sie werden überwinden die Zeitkarte. Sie müssen die Zeitkarte sein, If you have any questions, we will be pleased to assist you. We wish you a pleasant ride with Austrian Airlines. We wish you a good day. Musik 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 So, jetzt sehen wir euch, wie flach das Bett ist. Musik Ja, das Bett ist sehr flach. Ja, hier in der White 710 gibt es sogar einen elektrischen Sonnenblender. Das kann euch zeigen, wie es ausschaut. Wenn man auf den Dunkelkraut drückt, dann blendet der elektrische Sonnenblender auf Dunkel. Wenn man wieder auf das Leise drückt, dann geht es wieder heller. So, es ist gerade angekommen. Ich habe jetzt eine kalte Platte bekommen, und zwar Rostbief mit Gemüse. Und zum Dessert habe ich einen Afelstrudel bekommen, und Butter ist wie immer ein Tablett dabei. So, ich muss mich korrigieren. Es ist ein Topfenstrudel, das ich bekommen habe. Und aus dem Produkt, ich habe immer eine Scheibe Schwarzbrot genommen. So, zu Trinken ist auch gekommen. Und zwar habe ich heute bekommen einmal Bier. Später kommt der nette Audrey einen Sprite-Berder zu mir, und fragt mir an, ob ich Kaffee und Tee möchte. Ich habe ihn für Kaffee genommen, und Milch habe ich auch gleich genommen. So, zum Abfluss, zum Rinken, habe ich noch ein stilles Wasser genommen. Und hier haben wir jetzt gerade auf den Sinkflug Richtung Weg. Und das Video ist gerade das Beginnungszeit. auf den Sinkflug und Tee liebend. Musik 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 Und was für ein toller Flug mit der Australien Airlines in der Boeing 787-9 Dreamliner in der Business Class von Berlin nach Wien. Die Crew war wirklich super frei und hilfsbereit, haben wirklich einen tollen Service gemacht, haben einen absoluten tollen Job gemacht und ich habe wirklich einen tollen Flug genossen und nach dem tollen Flug, den ich gut genossen habe, werde ich jetzt auch nach Hause fahren und möchte jetzt schon für den Schuhstart bedanken, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt das Video sehr gut gefallen, gebt mir einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr es gefallen habt und nicht vergessen, abonniert meinen Kanal, Travel with Berner TV, Link oder Bescheidung ist mir eh sogar einen Link, dann bedanken wir für die Zuschauen, meine Freunde und tschüss, bis in mein nächstes Video, mach's gut.